Das Takt-Signal wird auch als Clock- oder Clock-Signal bezeichnet. Klicken Sie auf die Info-Symbole, um Erklärungen zu den drei gezeigten Begriffen zu erhalten. Ein Takt-Signal wird benötigt, um die Signale von mehreren Schaltungen oder verschiedene Teile innerhalb einer Schaltung zu synchronisieren. Meistens ist das Takt-Signal ein periodisches Signal. Das heißt, dass es eine regelmäßige und sich wiederholende Struktur besitzt. Das Takt-Signal wird von einem Clock-Generator produziert, die unterschiedlich aufgebaut sein können. Alle Clock-Generatoren haben aber einen Schwingkreis und einen Verstärker. Üblicherweise ist der Schwingkreis ein Oszillator mit Quarzkristall. Dieser produziert im besten Fall ein konstantes, sogenanntes Rechtecksignal. Der Verstärker invertiert das Signal des Oszillators und speist einen Teil davon zurück, um die Schwingung aufrecht zu erhalten. Dieser�� hat eine umgeschwärterний Begriff, um die Schwingung aufzuhören. Der Verstärker ist nicht zu gemütlich, aber er sieht, dass es kein Schwingung auf dem Kopf ist, kommt noch ein ein bisterklang. Vielen Dank.